hallo und herzlich willkommen zu einem neuen adventskalender türchen video hier auf dem kanal von stimme und ja heute öffnen wir das neue türchen und ich habe schon gesehen es ist hier und dann öffnen wir es auch mal schauen was wir diesmal drin haben wir haben köstritzer schwarzbier also schwarzbier habe ich noch nie getrunken da bin ich jetzt mal gespannt wie das schmeckt schwarzbier brauerei bad köstritz wer von euch hat schon mal schwarzbier getrunken also ich habe es noch nicht 4,8 prozent dann öffnen wir es mal mal schauen wie das schmeckt ich komme dass ich mir nicht so schmecken wird aber vielleicht jedoch so mal schauen riechen tut es gut das ist eigentlich gar nicht schlecht ja also da kann man nichts sagen also dafür da schon nie schwarzbier getrunken habe es ist nicht ganz so schlecht wie ich gedacht habe ja morgen ist ein türchen 10 dran stehen aber ich habe schon gesehen ihr könnt glaube ich nicht sehen aber ich kann sie ja mal ein bisschen so schieben man sieht es immer noch nicht der kalender ist einfach zu groß ja schaut noch bei stimmen op vorbei da gibt es den adventskalender vom matchy text wäre schön wenn ihr da mal vorbeischaut dann würde ich mal sagen wir sehen uns beim nächsten türchen und dann bis demnächst mal und auf wiedersehen bis dann 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 bis